das ist ein Buch zwei Minuten und auf sich geht das Haus ist fertig aufnehmen ich bin mit dennoch abbauen weil ich habe eine coole Idee die gehen sind immer gut Richtigkeit Liede hier ist schon ein Weg nach oben Prozent unter Fels macht es nicht überlebt okay doch ist ganz so hoch hier da musst du hoch wenn du hoch willst da ist schon ein Weg ja also du willst das Häuschen hier komplett kaputt machen oder? ja dann bauen wir aus Baumstämmen einen eigenen Stamm so schlecht ist die Idee eigentlich gar nicht so schlecht ist die Idee gar nicht die interessante Frage wäre ja jetzt machen wir den Baum innen holen? ja machen wir den mit einem holen, dass man nee der soll schon ein bisschen größer sein aber klar, da geht er nach oben, da geht er einen Leiter für ja mach mal einen Leiter oder eine Wendeltreppe Leiter finde ich cool dann bauen wir den Baumhaus da habe ich Hilfe da habe ich Hilfe da muss schauen und das kommt wo so scharf ich kann k k und süßigkeiten nicht zunehmen Köln noch macht der Stoffwechsel mit Na gut, aber was warten wir denn jetzt? Wo bauen wir es denn hin? Wahrscheinlich müssen wir eh was planieren aber prinzipiell fände ich irgendwas mit Aussicht nicht schlecht Hier? Ja Ich bau mal ein kleines Geräusch Das ist nur so, nur so als gibt's da So? Oder lieber 3 auf 3 Ne, lass lieber 4 auf 4 machen Na gut Ich glaub das ist Ich glaub 4 auf 4 ist nicht schlecht Wollen wir jetzt noch einen Boden draus machen? Dann hebe ich jetzt noch einmal den Boden aus Schaufel Ups Ich hab 2,2,3 auf dem Ups Jetzt haben wir ein bisschen viel Soll Aber wir müssen definitiv Zwischenzeitlich wahrscheinlich noch was abholzen Fett Schnell Ja super Mit der Spitzucker machst du die Erde weg Junge Ja, meine Ship ist grad kaputt gegangen So So Nein Nein Das ist falsch gebaut Das ist was falsch Oder wolltest du einen anderen Boden nehmen? Ich hab noch das andere auf Holz Ich hab noch das andere auf Holz Ich hab noch das andere auf Holz Ah, bin ich dabei scheißen Was schon Holz wolltest du denn? Was hast du dir vorgestellt? Das Tropenholz wollte ich auf jeden Fall nehmen Oder wir nehmen halt hier den Das Laub Hier als Boden Wird auch geil aus, finde ich Guck mal Dann hier so eine Treppe hoch Ja, ok Nein, ich mach das mal nicht Laufen lassen Ich hab da hinten eine Kischte gebaut Da liegt ein bisschen Zeug drin Unter anderem auch ein Setzling, den ich suche, alter Ein was suchst du? Ein Setzling Ich hab eben einen gesucht Ich hab einfach in die Kiste geworfen So, ok Gut Dann bauen wir uns mal nach oben Oh, Fehler Die Frage ist ja Lassen wir immer in der Ecke eins übrig oder Wie meinst du das? Also immer vier oder machen wir fünf die Oder sechs die Reihe lang, je nachdem Ich weiß nicht, wir können den auch so ein bisschen verwildert bauen Also ein bisschen Ähm Ähm Äh, so Einfach frei So ganz normal Wir müssen nicht zwingend einen Plan haben, was wir bauen Aber wenn ich halt sowas baue, dann sieht es meistens scheiße aus Ich kann nur noch Anleitung bauen, meine So Oh, ich hab noch was Äh, ja gut Ähm, wie machen wir's damit nach unten kommen? Gute Frage Was einmal hab ich noch dabei? Ah, sehr gut, ich auch Das ist doch eine Idee Okay Ups Ah, schon wieder falsch Oh, man, komm Fakt Irgendwann hat es falsch gebaut Oder weißt du es? Wer hat es falsch gebaut? Ich glaube es ist, ich habe statt Verrug mal zu Eisenholz genommen NeCLIIIIIIINN hey sie leben noch alle halt perzen oh shit danke wow sieht aber geil aus ohne Mist richtig geiler Stamm alter Verweiter sag mal du kannst ja rein theoretisch unten schon mal eine Tür hinbauen und einfach mit einer Leiter hochkommen oder ähnliches ja gute Idee Leiter oder Lian Leiter oder Lian vorbei Lian, haben wir nur zwei hol ich ne Leiter, ich hab keine natürlich, ist klar Bastel dir doch schnell welche ich schmeiß da noch 6 Eichenholz runter schauen ob es reicht Moment, gleich baue ich noch hatten wir es nicht gerade eh über das Thema Höhe ne hey wo ist das Eichenholz hin? ich schmeiß jetzt gleich noch was runter Eichenholz zack ist das schön mit? ne doch nicht doch, ist weg also bist du sicher dass es nicht gerade aufgehoben hast? du wirst mir Erde runter die ganze Zeit das ist ja zumal dass ich jetzt Erde runter geworfen hab lol dann ist es weg ohne Mist ich bekomm kein Eichenholz ich werfe nochmal Akazio runter in der Werkbank das hab ich bekommen ja das trifft das ist ganz feucht das mag ich gar nicht was? ja ich hab immer so schnell so schwitzige Hände ach so ja das mit dem Fackeln ist auch vielleicht nicht schlecht hast du zufälligerweise noch einmal Tropenholz? aus die Tür ja hab ich das sieht die scheiße aus die Tür oh shit oh shit das macht nichts äh ja ich bin gleich oben naja gleich ist gut wie breit soll die Treppe äh soll die Leiter denn werden? eins oder zwei Blöcke? mach doch erstmal eins dass wir hoch und runter kommen ich frag mich nur gerade wie hoch machen wir das Ding hier eigentlich? das ist ne gute Frage wie viel holz hast denn du noch? noch 35 wenn ich es jetzt zuwörfe dann ist wahrscheinlich weg weil der liegt unten was liegt unten? aber wenn ich es heute jetzt zuwörfe möglich wäre es ja dann fliegt es wahrscheinlich runter also ich hab immer jetzt nichts mehr schon wieder ein Fehler das gibt es noch nicht die wachsen noch nicht mehr die Bäume das ist kack so die Frage ist kann ich jetzt rein theoretisch Richtung Leiter springen ich probiere es einfach so 50% so 50% so 50% klappt es auf jeden Fall ja boah ich will noch ein bisschen höher machen oder? so ein bisschen zur Beleuchtung zack auf jeden Fall sind hier an der Seite noch welche die man abmachen kann oh oh du kotzt trockenholz du kotzt trockenholz du musst jetzt aufpassen dass sich das nicht zu unserem Baum ausbreitet du musst jetzt aufpassen dass sich das nicht zu unserem Baum ausbreitet wie so ein paar frage wenn sie jetzt nicht mehr t t într nicht vertreten vertreten die sei gewarnt und sage dir mehr als Gold hat deiner hier die Götter bei Harry Potter keine Ahnung wie ich jetzt drauf gekommen bin wie kannst du sowas auswendig keine Ahnung ich hab den Satz warum auch immer irgendwann mal auswendig gelernt und ab und zu kommt der mal hoch der hängt hier irgendwo im Kopf drin fest ganz blöd das Tropenholz ist das einzige das ist das einzige Holz das der Matthias noch fehlt ernsthaft? mhm gut sehr gut okay ich weiß auch nichtוהfed das Bauhaus stand da plötzlich einfach so fertig ey das ist voll komisch gewesen die Tropensatzlinge die waren auf einmal in meiener Kiste das ist echt komisch ich kann Matthias mal fragen wie viele Diamanten er mir dafür geben würde hehehe hehehe ja man könnte sich durch aus was liegen k es gibt es gibt es gibt es können an ich bin nach guter doch jetzt mal das reicht für mein Effizienz-Drei-Buch. Oh yeah. Effizienz-Effizienz. Ah. So. Äh, da. Das Rosé ist aber nicht gewonnen. Ist er gewachsen? Ah, sieben Ringe plus. Geil. Acht Jahre für'n Baum. Ja gut. Ich frag ihn mal kurz was. Ja gut. Ja, mit 8 komm ich eigentlich nicht weit. Ah, ich kenne sich auf die Schafsuche hin, wo ich die Wolle gesehen habe. Ich hab' den gefunden, ich hab' eine Kundung so gemacht. Was hast du gefunden? Den Tropen hat Sitzling. Ah. Haar war ne Truhe ner Höhe drin. Keine Ahnung. Hast du hier einen Störfer eingestellt? ich glaube ja 20 tiers ich glaube du solltest doch anfangen fahren zu bauen wenn er vier stück hat dann brauche ich ja keine mehr dann baut er sich die selbst an wo uns geliebt ciao schönes Glück voll runtergedotzt so ist es scharf es auch nicht vor allem so stark zu schaffen gelaufen das habe ich wohl gekillt das hast du gekillt das war ich weiß ich glaube soll vor Ort nun auf dem Eck von dem Berg Herr und das habe ich extra ja genau da genau da genau da habe ich gekillt hr ich habe vor Ort das Fleisch gefunden das ist direkt mal lecker dünner Fleisch Hammelfleisch das habe ich heute eigentlich zu Mittag gemacht ach ja theatisch bei mir ist bei mir gab es 18 Chicken Nuggets er war 1,50 beziehungsweise 18 stück für 3 Euro kann es nichts sagen guck runter du Schaf ich will hier nur ins Fell er surft sie sich da eine Klotz hin und dann kommt es automatisch runter 3 3 hoch ein Pilz aufgerollt noch ein Schaf das ist so wie viel buntes Matis und ich war vielleicht bekomme ich schon ein paar Man weiß nie, für was man irgendwann mal Wolder haben kann, brauchen kann. Oh, hier ist eine Höhle, die scheint etwas ausgeleuchtet zu sein. Schade. Ich habe auch schon jemandem was abgebaut. Sorry. So wie es ausgeleuchtet ist, muss ich das fast gewesen sein. Wo bist du denn? Ich bin da irgendwie bei dir in der Nähe rumgewuselt. Jetzt geht es ja noch weiter runter. Das war ich ja. Das warst du. Da geht es bis zur Höhe 12. Da habe ich etliche Gänge. Ja, ich sehe es gerade. Überall wo Erde davor ist, bewegt sich dahinter noch ein Gang. Ja. Ah, okay. Du rufst mir sich an. Wie geht es uns beim Baum? Immer noch nichts. Ich habe den eben neuen Knochenmehl gewöhnt. Aber... Ich habe keinen Bock. Ich habe verwachsen. Ich will nicht das Baumhaus senden. Entschuldigung, dass hätte sonst was draus kommen können. Tokio Hotel Plakat. Alter. Stimmt. Oh, du hast wieder Fell angesetzt. Das finde ich aber toll. Gleich mal drei, wie du das schnappst. Ich habe immer noch ein Kissen von denen in meinem Bett. Die Bettwäsche. Sag mal, gibt es die eigentlich noch? Ich habe wieder, wie bei jeder Band, glaube ich, 50.000 Gerüchte, dass die sich irgendwie auflösen wollten. Sie sind schon lange nicht mehr zusammen. Ich habe es nicht verfolgt. Das habe ich immer noch mitbekommen. Die wollen in die Staaten gehen. Das habe ich auch mitbekommen, ja. Aber ne. Ich als Hardcore-Fan war ich so Bescheid. Aber als ich das erste Mal das Video wirklich von denen gesehen habe, habe ich echt gedacht, wer war das? War das Bill oder war es Tom, der Frontsänger? Der Bill. Bill Cowlitz. Ja. Ey, der hat aber echt ausgesehen wie eine Frau. Jetzt mal ohne Witz. Jetzt soll ja. Na gut. Also will es Musik. Musik ist wie Fußball. Das stimmt ja. Ich hoffe, dass wir den nennen. Der neue Rapper gefunden. Rappet die Rapp. Nennt sich Bones. Bones. So wie die Knochenjägerin. Ja, genau. Wir machen irgendwas falsch. Das kann nicht sein, dass die nicht wachsen. Gut. Wir beim Regenwald brauchen halt 20 Jahre, bis die Bäume wachsen. Oder wie du es hier richtig gelesen hast. 7 plus 1. Ich habe echt das Gefühl, bald haben wir aus lauter anderen Hölzern 50 Baumhäuser zusammengebaut, bis wir ein passendes gefunden haben. Das ist ja. Das ist ja. Ah, je. Ich meine, was willst du sonst mit Holz machen? Holz kannst du halt nur Baumhaus machen, du kannst. Oder einen asiatischen Tempel bauen. Oder einen asiatischen Tempel. Oder du machst zwei Hölzern 50 Baumhäuser 1 davon an. Weil ich eine coole Riesen-Lava-Lampe machen wollte. Ja. Die Idee war gut, aber kann halt leider Gottes auch schief gehen. Scheiße umgesetzt. So, jetzt müssen wir ein bisschen höher machen. Gut. Gut. Oh, je. Gut. Gut. Gut.